Hi, ich bin Iris und meine jüngere Schwester Chloe ist meine Erzfeindin. Aber bevor ich weitermache, bitte liked und abonniert mich. Seit wir Kinder waren, hat sich Chloe mit mir geprügelt. Sie riss meinen Puppen die Köpfe ab, warf mir Essen ins Gesicht und warf meine Kleider in den Müll. Zu meinem elften Geburtstag kaufte mir Dad ein Puppenhaus. Chloe wurde eifersüchtig und zerschlug es in Stücke. Ich war wütend. Sie hat mein Puppenhaus kaputt gemacht. Sie ist eine böse Göre. Es tut mir leid, Daddy. Es war ein Unfall. Papa war immer auf Chloes Seite, weil sie die jüngere war. Am nächsten Tag kaufte Papa zwei Puppenhäuser. Eines für mich und eines für Chloe. Natürlich war das von Chloe zehnmal besser. In der Schule war es noch schlimmer. Chloe war so eifersüchtig, wenn ich einen Jungen mochte, musste sie ihn einfach haben. Sie erzählte sogar Lügen, um all meine Freunde gegen mich aufzubringen. Eines Tages wurde ich so wütend, dass ich ihr ein Glas Milch ins Gesicht schüttete. Und sie stach mir mit einer Pommes ins Auge. Die Situation eskalierte und wir mussten beide nachsitzen. Aber bald darauf, während der jährlichen Schulaufführung, gerieten wir in eine Schlägerei. Und als der Direktor versuchte, uns zu trennen, rutschte sie von der Bühne und brach sich den Arm. Wir wurden für zwei Wochen suspendiert. Und als ob das noch nicht genug wäre, überredete Chloe unseren Vater, mich alle Aufgaben im Haus erledigen zu lassen. Daddy, ich will wirklich helfen. Ich bin nur so erschöpft. Es ist harte Arbeit, beliebt und perfekt zu sein. Das erdrückt mich. Ich fühle mich so schwach. Kann ich mich einfach hinlegen? Jahrelang hatte Chloe Dad um den Finger gewickelt. Und ich konnte es nicht ertragen. Als ich 16 wurde, hatte ich genug. Ich schmiss eine Überraschungsparty für Dad und lud all seine Arbeitskollegen ein. Dad war Universitätsprofessor. Und als ich anfing, über Mathematik und Naturwissenschaften zu reden, waren sie wirklich beeindruckt. Deine Tochter ist so klug. Ihr Verständnis der suboptimaren Theorie ist beeindruckend. Ich liebe Physik. Ich höre mir ständig Vorlesungen auf YouTube an. Ich weiß eine Menge über Adams. Letztes Jahr bin ich mit einem ausgegangen. Einer hatte wirklich schöne Bauchmuskeln. Und der andere war ein Footballspieler. Einer hat mich sogar zum Frühlingsball mitgenommen. Dad wurde rot und all seine Freunde fingen an zu lachen. Wir haben von Atomen gesprochen. Mit einem Tee. Du Idiot. Chloe war das super peinlich. Und dann stößte sie sich auf mich. Wir kämpften wie wilde Katzen, krachten gegen einen Tisch und prallten gegen eine Wand. Chloe schnappte sich eine Vase und warf sie nach mir. Ich habe mich geduckt. Dann hat die Vase den Chef meines Vaters am Kopf getroffen und ihm eine Gehirnerschütterung verpasst. Dad wurde am nächsten Tag gefeuert. Ein paar Wochen später sagte Papa zu uns, dass wir uns das Haus nicht mehr leisten könnten und umziehen mussten. Sind wir jetzt arm? Ich kann nicht arm sein. Arm sein ist nicht cool. Ich kriege jedoch noch Taschengeld, oder? Ich brauche einen neuen Hut und ein paar neue Schuhe. Hör auf, ein Idiot zu sein. Wenn Papa sich die Miete nicht leisten kann, dann kann er es sich auch nicht leisten, dir neue Schuhe und einen blöden Hut zu kaufen. Schuhe sind eine Notwendigkeit. Wie soll ich denn ohne sie laufen? Vielleicht solltest du dir auch eine Mütze kaufen. Der könnte deinen riesigen Klotzkopf verstecken. Genug. Packt eure Sachen. Wir fahren morgen los. Am nächsten Tag zogen wir in das Haus meiner Oma am anderen Ende der Stadt. Papa hatte es vor langer Zeit geerbt, aber schon seit Jahren hatte niemand mehr darin gewohnt. Es war staubig und alt und voller Ungeziefer. Chloe war so verängstigt, dass sie sich in einem Schrank versteckte. Ich kann nicht rauskommen. Ich bin allergisch gegen Dreck und diese Käfer werden mich auffressen. Ich harf Papa beim Aufräumen und nach ein paar Stunden fühlte sich das Haus immer mehr wie ein Zuhause an. Bald entdeckte ich, dass ein seltsamer Junge namens Elton auf der anderen Straßenseite wohnte. Er sagte immer wieder, dass unser Haus von einem alten Piraten heimgesucht wurde, der seinen Schatz im Wald hinter unserem Haus versteckt hatte. Er flehte mich auch immer wieder an, ihn zu uns zu lassen. Und schließlich sagte ich ja. Wir verbrachten Stunden im Keller und suchten nach Geistern. Wir haben nie welche gefunden. Nur eine Menge alter Papiere und Bücher und eine uralt aussehende Truhe mit seltsamen Symbolen drauf. Als Chloe mich mit Elton entdeckte, musste sie sofort seine Aufmerksamkeit erregen. Sie tänzelte in diesen lächerlichen Outfits vor ihm herum, als wäre sie auf einem Laufsteg, bis sie über ein loses Brett stolperte und auf ihr Gesicht fiel. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Hey, schau mal, eine Schatzkarte. Ein Schatz? Du meinst Juwelen und Gold? Was für Schätze gibt es denn sonst? Dodo-Vogel? Chloe schnappte Elton die Karte aus der Hand und flitzte die Treppe hinauf. Elton und ich rannten hinter ihr her. Gib sie zurück, du Hexe! Wenn ihr zwei nicht teilen könnt, dann kann sie keiner von euch haben. Gerade als Papa die Karte in zwei Teile zerreißen wollte, verlor Elton den Verstand. Nein! Elton erzählte Papa alles über die Karte, den Piraten und den Schatz im Wald. Dann bekam Papa einen seltsamen Gesichtsausdruck. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass ihr Onklein Pirat war. Ich dachte immer, sie hätte sich das nur ausgedacht. Ich werde den Schatz finden, Papa. Nein, ich mach das! Wie wäre es, wenn ihr es beide zusammen macht? Chloe und ich fingen sofort an, uns zu beschweren. Oder gar nicht. Ich denke, ich kann ihr dummes Gesicht einen Tag lang ertragen. Und ich kann so tun, als wäre sie keine Idiotin. Ich kann auch mitkommen. Ich werde ihr Anführer sein. Okay, dann ist das abgemacht. Finde den Schatz und wir teilen ihn durch vier. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg, um unseren Schatz zu finden. Und Elton führte uns an. Ich hatte noch nie eine Wanderung durch einen Wald gemacht, aber Elton war der beste Führer. Er zeigte mir eine Menge verschiedener Vögel und Pflanzen, die ich nur aus Lehrbüchern kannte. Und er pflückte mir sogar eine seltene Blume. Es war wirklich romantisch gewesen, wenn Chloe uns nicht alle zwei Sekunden anhalten lassen hätte, um ein Selfie zu machen oder ein Video auf ihren sozialen Medien zu posten. Nach einer Weile wurde es Chloe langweilig und sie zog mich zur Seite. Stimmt etwas nicht mit Elton? Zum Beispiel mit seinen Augen? Es ist alles in Ordnung mit seinen Augen. Seine Sehkraft ist völlig in Ordnung. Warum hat er mich dann noch nicht gefragt, ob ich mit ihm ausgehe? Ich meine wirklich. Sieh dir mein Gesicht an. Ich bin umwerfend. Jungs lieben mich. Du hältst ihn von mir fern, stimmt's? Du willst ihn ganz für dich alleine. Was verheimlichst du? Ist er insgeheim reich oder so? Nein, er ist ein ganz normaler Junge. Lügnerin. Danach begann Chloe bei jeder Gelegenheit mit Elton zu flirten. Sie warf ihm einen Blick zu, warf ihre Haare über die Schulter und machte ihm die lächerlichsten Komplimente. Elton, du bist so stark. Die Art, wie du die Wasserflasche hältst, ist erstaunlich. Sind deine Muskeln nicht müde? Elton errötete wie ein Idiot. Die Flasche wiegt weniger als ein Pfund. Elton, meine Füße sind müde. Ich glaube nicht, dass ich weiterlaufen kann. Würdest du mich tragen? Wir sind noch keine 20 Minuten gelaufen. Ich denke, ich kann dich eine Weile tragen. Elton fiel auf Chloes Nummer herein und plötzlich fühlte ich mich wie das fünfte Rad am Wagen. Ich ging mit der Karte voraus, während Chloe über Eltons abgedroschene Witze lachte. Plötzlich war er nicht mehr so charmant. Dann passierte etwas Verrücktes. Chloe entdeckte einen Bienenstock, der an einem Baum hing. Sieh mal, das ist so cool. Chloe hüpfte von Eltons Rücken und rannte auf ihn zu. Chloe, geh nicht zu nah an den Bienenstock heran. Das ist gefährlich. Ich muss ein Video machen. Ich werde die Bienenkönigin sein und unter dem Bienenstock tanzen. Verstehst du das? Eine echte Bienenkönigin? Das bin ich. Chloe rannte unter den Bienenstock und begann zu tanzen, als wäre sie Beyoncé. Sie warf ihre Hände in die Luft und traf versehentlich den Bienenstock. Der Bienenstock krachte herunter und ein Bienenschwamm stürmte auf sie zu. Chloe fing an zu schreien und flitzte an mir und Elton vorbei. Lauft! Wir drei rannten tief in den Wald und versteckten uns in einer Höhle. Wie konntest du nur so dumm sein? Woher sollte ich wissen, dass die Bienen so wütend werden können? Du hast ihren Bienenstock zerstört. Chloe und ich fingen an, uns gegenseitig zu schubsen und zu stoßen. Dann bemerkte ich, dass Elton weg war und die Schatzkarte auch. Hey, wo ist Elton hin? Er hat uns verlassen, du Vogelhirn. Warum sollte er das tun? Dann hatte ich plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, er hat uns reingelegt. Er wollte den Schatz ganz für sich allein. Ich wusste es. Ich habe von Anfang an versucht, dir zu sagen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. So wie er mich anfangs ignoriert hat. Ich musste mich noch nie so anstrengen, um die Aufmerksamkeit eines Jungen zu bekommen. Ich begann auszuflippen. Wir hatten uns im Wald verirrt und wussten nicht, wo wir waren. Ich holte mein Handy heraus, um Hilfe zu rufen, aber ich bekam kein Signal. Wir waren gar nicht so weit vom Weg entfernt. Weißt du, wie wir zurückkommen? Vielleicht. Ich glaube, ich weiß noch, wo ich mein Selfie gemacht habe. Kann ich mir deinen Lippenstift leihen? Diesen Lippenstift? Oh nein, Schwesterherz. Diese Farbe wird dir nicht stehen. Du solltest ein helles Rosa probieren. Vielleicht sogar einen matten Honigton. Jeder Erdton könnte funktionieren. Bitte gib mir einfach deinen Lippenstift. Chloe reichte mir den Lippenstift und ich malte die Karte aus dem Gedächtnis an die Höhlenwand. Hör auf, du machst ihn kaputt. Willst du für den Rest deines Lebens in dieser Höhle festsitzen? Mit all diesen Käfern? Chloe entdeckte einen Haufen Käfer an der Wand und begann auszuflippen. Ich beruhigte sie und wir erstellten die Karte aus dem Gedächtnis, wobei Chloe alle Orientierungspunkte hinzufügte, die sie von ihren Selfies kannte. Ich machte ein Foto von der Karte und schon ging es los. Wir entdeckten Elthans Fußabdrücke, die aus der Höhle führten. Wir folgten ihnen den ganzen Weg zurück zum Bienenstock. Ich überprüfte die Karte. Wir waren nur noch ein paar Meilen vom vergrabenen Schatz entfernt. Wie weit ist es noch? Ich schwitze und das ist kein schöner Anblick. Ich ignorierte Chloe und ging weiter. Zehn Minuten später holten wir Elton ein. Er hatte den Schatz gefunden und war dabei, ihn auszugraben. Wir versteckten uns hinter einem Baum und beobachteten ihn. Ich sollte ihm eine Ohrfeige verpassen. Nein, Chloe, wir brauchen einen Plan. Aber Chloe hörte nicht zu. Sie stößte sich auf Elton und griff ihn an. Während die beiden miteinander kämpften, ging ich direkt zum Schatz. Eine kleine Truhe lag direkt unter der Erde vergraben. Sie hatte die gleichen Markierungen wie die Truhe in unserem Keller. Ich wischte den Schmutz ab und öffnete sie, um eine goldene Kiste darin zu finden. Ich wollte gerade nachsehen, was ich darin befand, als ein Junge, der genauso aussah wie Elton, aus dem Wald kam und mich angriff. Es ist ein Klon! Chloe schlug ihrem Elton auf die Nase. Sie schnappte sich einen Stein und warf ihn nach dem zweiten Elton. Und dann rannten wir um unser Leben. Wir rannten den Pfad hinunter und kamen dabei an Chloes Selfie-Bäumen vorbei. Das sind Aliens! Böse Klone aus dem Weltall! Sie werden unsere Gehirne fressen! Du denkst an Zombies! Aliens fressen keine Gehirne. Es sind außerirdische Zombies! Die beiden Elton warmen uns dicht auf den Fersen. Plötzlich blieb Chloe stehen. Was machst du denn? Wir müssen fliehen! Die Elton sind direkt hinter uns! Hast du den Sonnenuntergang gesehen? Es ist unglaublich! Ich werde mindestens 1000 Likes bekommen! Nur ein einziges Selfie! Sie fing an, Fotos zu machen. Aber dann packte ich sie am Arm und zog sie den Weg hinunter. Dann tauchten aus dem Nichts die beiden Elton auf. Wir waren umzingelt. Gib mir die Kiste und wir lassen euch gehen. Nein, sie gehört uns! Hey, der zweite Elton trägt Papas goldene Uhr! Oh mein Gott! Du trägst sogar Papas Hemd! Gib die Sachen zurück! Oder ich trete euch in den Hintern! Ich sorge dafür, dass Elton dir in den Hintern tritt. Ich kann das selbst nicht machen. Ich war gerade bei der Maniküre. Gib uns einfach den Schatz und niemand muss verletzt werden. Oder vielleicht wird jemand verletzt. Es ist ja nicht so, dass ihr euch wie echte Schwestern liebt. Dann riss Chloe mir die Schachtel aus den Händen. Du kannst sie nur unter einer Bedingung haben. Ich bekomme einen Anteil. Und dann zeigen wir dich nicht bei der Polizei an. Die Elton dachten darüber nach. Gut, abgemacht. Warte, du kannst ihr nicht trauen. Du kannst ihm nicht trauen. Er ist mein Bruder. Und er lässt sich die ganze Drecksarbeit machen, stimmt's? Wenn ihr erwischt werdet, lässt er dich dafür büßen. Du hast recht. Hör nicht auf sie, Idiot! Nenn mich nicht, Idiot, Idiot! Die Jungs fingen an, sich gegenseitig zu schubsen. Und Chloe und ich rannten los. Als sie rauskam, stolperte Chloe über einen Baumstamm und verstauchte sich den Knöchel. Ich rief um Hilfe, aber es war niemand in Sicht. Und die Jungs holten uns ein. Das schaffen wir nie. Lass mich. Rette dich selbst. Ich werde dich nie verlassen, Chloe. Du bist meine Schwester. Sicher, du bist nervig. Aber ich liebe dich. Du stinkst wie eine faule Tomate. Und dein Gesicht macht mich krank. Aber ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Dann holten uns die Jungs ein. Nimm es. Wir wollen es nicht. Lass mich und meine Schwester einfach in Ruhe. Eine weise Entscheidung. Elton schnappte mir den Schatz aus der Hand. Er öffnete die Schachtel. Und darin war ein Bild von mir und Chloe als Baby. Lächelnd und händchenhaltend. Was ist das für ein Schrott? Wie aus dem Nichts tauchte Papa mit einem Haufen Polizisten auf. Es ist ein Bild meiner Töchter. Und sie sind der wertvollste Schatz der Welt. Das ist so lahm. Und ihr seid verhaftet, ihr Diebe. Papa riss dem zweiten Elton die Uhr vom Handgelenk. Und dann schleppte die Polizei beide Eltens in den Knast. Ich werde dich nie vergessen, Chloe. Ich glaube, ich liebe dich. Ich weiß. Wirst du mich im Knast besuchen? Keine Chance, Loser. Papa lief zu uns und umarmte uns. Ich bin so froh, dass ihr euren Schatz gefunden habt. Aber es ist doch nur ein altes Bild. Nein. Es war eine Zeit, in der ihr beide euch geliebt habt und gut miteinander ausgekommen seid. Ich habe euch auf diese Schatzsuche geschickt, damit ihr euch zusammenrauft und nicht mehr streitet. Und euch daran erinnert, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten und Schwestern zu sein. Was ist mit den Eltens? Ich hatte keine Ahnung von ihnen. Wenn Chloe mir nicht geschrieben hätte, hätte ich nie erfahren, dass sie zwei in Schwierigkeiten steckt. Was für eine SMS? Ich habe sie ihm geschickt, nachdem ich das Sonnenuntergangs-Selfie gemacht habe. Ich habe bemerkt, dass mein Handy Empfang hatte. Also habe ich Dad einer SMS geschickt und ihm gesagt, dass wir in Schwierigkeiten sind. Elton und sein Bruder sind im ganzen Land herumgereist und haben Häuser ausgeraubt. Anscheinend ist die Polizei schon seit Jahren hinter ihnen her. Nach unserer Schatzsuche kamen Chloe und ich uns näher und stritten uns nicht mehr so oft. Chloe brachte mir sogar bei, wie ich mich schminke. Und ich haff ihr beim Lernen. Und jedes Jahr versteckte Papa einen neuen Schatz im Wald, den wir finden sollten. 20 Dollar, dass ich ihn vor dir finde. Mach 50 draus. Und ein neues Paar Schuhe. Abgemacht.